Ähm, Kofftinkirbel kommt mal ganz vorne an die Tür, weil den brauchen wir ja am meisten denken. Oh Gott, was machen die denn da? Die gucken mich alle an. Ja, aber die Prozesse to- Prozesse to- Was ist das denn? Das ist ja beängstigend, die Krabben, die gucken mich alle an. Hallo und herzlich willkommen zurück, will ich hoffen, denn das würde bedeuten, ihr habt letztes Mal zugesehen. Geht dir die Anmeldung eigentlich schon auf den Sackpack heute dran? Oh, es geht. Ja, aber herzlich willkommen erstmal. Ja, herzlich willkommen. So, ich habe gerade ein bisschen auf ihn aufgepasst. Ja, danke, danke. Weil die draußen Nacht war und ich bin da oben ein Loch rein und auf einmal springen vier Schweine rein und töten mich. Und tauchen dann wieder ab. Scheiße. So, jetzt machen wir wieder die ganzen Dreck ab, bitte. Ich würde das Haus weiterbauen. Ich gucke mal an die Kiste, ich habe meine ganzen Holzloks da reingebaut. Äh, was? Achso. Kannst du das Erde abbauen, dann baue ich schon mal das Holz weiter, Haus weiter. Ähm, ja, hast du noch Holz? Hast du noch Holz? Nicht mehr viel, ich bräuchte noch ein bisschen was. Ja, warte. Ich helfe dir sonst auch beim Hausbau. Ich habe nämlich noch Holz. Nein, zehen. Wolltest du hier Ende machen? Ja. Okay. Hast du es selber Holz wie ich? Ja. Sharkwood oder so. Und wo ist die Mitte? Da ist es unge... Ne, warte mal. Das ist... Acht, da müssen wir zwei Türen einbauen. Okay, dann ist es nämlich mittig. Achso, ja, äh Können wir so ein Klappeltür machen? Ja, würde ich für Und ich habe jetzt so gedacht Wenn wir das schon craften können Das weiß ich nicht Wie viele Kisten hier spawnen? Ja, schnapp sie dir, schnapp sie dir alle Ich bin Pokémon-Train Woodwall, ja, Woodwall Die kann ich aus Wood Slabs machen Ich muss ja jetzt sagen, ich liebe diese Leafies, Alter Ich hätte gerne so ein Tier als Haustier, das wäre voll cool Wenn man die same könnte, irgendwie Ja, das wäre same Wir können auch Wood Stairs jetzt mal Ja, und Aber so wie es aussieht Oh, sexy Weißt du, was noch sexy ist? Dass die Blöcke nicht verschwinden, wenn ich es abhauere Oh, das ist wirklich sexy, dafür muss ich mir wirklich nochmal Blätter holen anscheinend So, und wisst ihr, was mir gerade so auffällt? Das Spiel lag bei mir gerade extrem Ich muss mal ganz kurz in die Audio Alter Schwede Oh Gott Oh Gott, oh Gott Oh Gott, warum, warum Geht's wieder? Ist immer noch nicht leise So, dieses mit dem Audio-Ding verstehe ich auch noch nicht so ganz Oh Gott So, weil ich habe jetzt die Soundkulisse mal aufgedreht, Alter Was das für ein Feeling ist Was hast du? Den Sound aufgedreht von den Siehst du hier noch Blöcke hinter dem Holz, die Sandblöcke? Äh, äh, was? Da die Sandblöcke hier irgendwo hinter dem Holz, wo ich eingebaut habe Äh, ja Bau die mal alle ab Bei mir waren die alle Bei mir sind die noch alle da Ähm, ich glaube ich muss sowieso mal kurz den Server verlassen und wieder rauf, weil Bei mir ist einiges seltsam gerade Dann machen wir kurz ein Reconnect Ja Kurz machen, ne Ja Exit wird Ja, und dann direkt halt wieder rein, ne Yes Mal eben re-re-re-re-re-re-re-connecten Ich habe null Frames Ja, hatte ich auch eben, deswegen Keine Rückmeldung Oh oh Bitte spiel, nicht aufhängen Ah, während der Aufnahme trinken Prost Ja, das mache ich generell nicht Ich schon Wenn ich Durst habe, trinke ich Ich nicht Okay, es läuft wieder Scheinbar Ähm Kriegen wir dazwischen M-m-m-m-m-m M-m-m-m-m Witchy loves you M-m-m-m Wird ja mal J-in Wird ja mal J-in Was gelesen? M-m-m-m-m Ne Ja, hat was, ne? Ja, finde ich auch. Ich weiß nicht, ich glaube, die Ecke würde ich noch ein normales Holz machen. Ja, mach das mal. Das ist tatsächlich sehr gut. Ja, bau die mal wieder. Du brauchst das Holz zum Hochbauen. Ich habe eh kein Holz mehr zum Hochbauen. Warte, ich packe mal Holz in die Kiste. Oh, die Kiste vor allem. Ach, die sind ja voll winzig, die Kisten. Ja, ich weiß. Aber wir können noch Stone-Kisten irgendwie bauen später. So, da ist jetzt Holz drin. Kannst du nehmen. Kannst du Sachen mitmachen. Wie hast du den Honig gemacht, aus dem... Den habe ich direkt gekriegt, als ich... Oh, ich habe Queen Bee. Eine Queen Bee? Ich glaube, die kann man gebrochen, um Honig zu machen. Der ist ja auch so eine Honigwabe. Aber mich wundert, dass meiner ein Block ist und bei dir nicht. Ich könnte die auseinanderreißen. Vielleicht kannst du die setzen in Blätter oder so, dass da neue... dass da mehr Honig spawnt. Das wäre geil, so Honig selber zu schützen. Das muss ich erst mal gucken. Einer muss einen Teleporter da zu Hause lassen. So, ja. Sag doch, warum. Hast du nicht einen hier im Haus drin? Oh, da hinten ist noch Bienenwachs. Ähm, ich glaube, meiner ist noch in der Wallachai irgendwo. Oh, den kannst du denn eh holen. Äh, ich mach mal hier das Holz rein. Das ganze Zeug, was wir haben an Holz. Ja, da hast du ganz viel Bienenwachs. Und Steine. Das hole ich mir, das hole ich mir. Das ist nämlich wichtig, dieses ganze Bienenwachs-Zeug. Und unser Schnee. Warum? Für was? Ähm, Kisten... Was hab ich da noch gesehen? Und diverse andere Dinge, die ich gerne bauen möchte. Ähm, in der Kiste ist jetzt auch noch weißes Holz, wenn du was brauchst. Oh ja, das find ich sexy. Ich hab's heute mit sexy. Na, ich merk's schon. Drei. Ah, doch nicht runterfallen. Wollen wir mal eine Kiste? So, Ränder. Beewax. Äh, was war das? Hab ich jetzt die Queen Bee abgebaut? Nee, ne? Nee, ich hab nur ein normales... Ich hau mal ein bisschen Erde auch mit da rein. So, die Kisten sind voll. Was mach ich jetzt? Das heißt, voll auch schon viel drin. Ähm, ich mach auch das Obsidian mit da rein und die Kugel und so. Mhm, coole Idee. Und ganz cool. Hast du die Forge eigentlich schon gebaut? Die Forge am Crafting Table? Hm, vielleicht kannst du ja mal versuchen, da ähm... Hab ich erwähnt, dass ich vier Crafting Tables besitze? Ähm, Crafting Table kommt mal ganz vorne an die Tür, weil dem brauchen alle meisten Dinge. Was machen die denn da? Die gucken mich alle an. Aber die Prozesse... Was ist das denn? Das ist ja wängstigend, die Krabben. Die gucken mich alle an. Ich komme... Krabben, ey. Ich kann mal die Leaves abbauen hier, die sind scheiße aus. Was wollen denn die Krabben von mir? Die wollen Liebe machen. Ja, ich glaube auch. Ist ja echt beängstigend, ey. Also vorhin hab ich da hinten noch... Es wird Nacht, ne? Kann das sein? Was die Fülle hab ich auch, nämlich. Es wird lange und dunkel. Was habt denn ihr Krabben, ey? Ihr seid ja voll strange. Die sind voll strange. Die sind voll strange. Die Krabben. Ich hole mir erstmal die Kiste dahinten. Oh, komm mal zurück. Warum? Wir müssen das Haus noch zubauen. Hm, ja, das können wir ja schnell machen. Ist ja nicht so, dass es dunkel wird. Nö, wird ja nicht dunkel. Aber es sieht cool aus, das Haus. Ey, was ist mit den ganzen Krabben hier im Spiel los? Die sind voll strange gerade, Mann. So, warte, ich guck mal. Hier ist übrigens eine Unterwasserhöhle, ist hier. Du hast das ganze Holz, kann das sein? Wie ist das? Geil. Was ist das? Das ist ja voll die Unterwasserwelt hier. Und was ist das? Und hab ich eigentlich... Oh, ich hab noch zwei Sekunden Luft. Ja, hast recht. Ich muss, ich muss, ich muss. Ich muss, ich muss. Ich muss mein Holzschwert anmachen. Ich muss das zubauen. Machen wir erstmal Erde rüber, wa? Klatschen wir Erde rauf. Ich mach gerade Slaps. Ist das richtig? Nee, ne? Äh, weiß ich nicht. Ich hab einen Dummkopf. Ähm. Okay, jetzt hat er das schon drin. Ach, du hast ein Crafting Table hier drin. Das finde ich sehr erfrischend. Ähm, wie baue ich denn Wood? Also diese Planken, die du hast. Ähm, ich weiß nicht, ob du das schon kannst. Woodwall, ne? Woodwall, ja. Ja. Genau. So, was? Ich hab kein Holz. Ach, dafür brauch ich Slaps. Ja, genau. Aber die kannst du im Prozessor ja machen. Oh, da war ich doch falsch, dass ich die... Ja, die mach ich gerade herstelle. Ich hab mich gedacht, ich hab was falsch gemacht. Was baust du da für'n Scheiß? Achso, du baust das jetzt so dreckig. Ja, ich baue es dreckig zu. Oh, ey. Klasse, boy. Ich baue es dreckig zu, weil ich so viel Dreck habe. Ich hab's ja beide Possessoren aufgebaut, weil... Ja, ist okay. So, äh, eh, gut, die brauchen. Soll dich doch gar nicht. Nee. Ich baue noch mehr Wundenzeln-Dinger. Woodwall. Deutsch-Englisch vermischen ist immer gut. Woodenwand. Woodenwand. Ich baue eine Woodenwand. Oh, jetzt kann ich auch Treppen bauen. Ach, dafür brauch ich diese Twins, die kann ich auch ganz viele herstellen. Und Yellow, okay, das brauchen wir jetzt nicht. Yellow, das machen wir später, wenn wir Farbe haben wollen, so irgendwas. Eigentlich reicht mir erstmal das Grundjurus so. Äh, Fackeln, wenn ich schlecht. Ah, du hast schon die Kisten reingeholt. Du bist ja echt ein Pro. Draußen ist alles weg. Das ist cool. Das finde ich richtig erfrischend. Oh, man kann über... Man kann darüber nichts setzen, über die komischen Gerätschaften. Das ist natürlich auch so. Upsala, jetzt haben wir zu viele. Oh, man kann fucking auch Fackeln setzen. Das ist natürlich auch erfrischend. Das ist aber ein riesiger Lüge. So. Okay. Ähm, rechts sind nur noch die Zeitdinger, diese komischen Notizblätter. Ganz rechts, weil die brauchen wir eh nicht so, denke ich mal gerade. Ja, hier in der Extrakiste, ne? Da packe ich auch mal eins rein. Ja, wahrscheinlich sind das Sammelobjekte, ne? Die man irgendwie zusammenpacken kann. So, ich hab hier das Holz in der mittleren Kiste, sind diese ganzen Blöcke und so, und ganz links ist irgendwelches Gedungs... Oh, man kann die Kisten benennen. Das ist cool. Echt, jetzt wie das Sammel? Ach da, wie cool. Geile Sache. Ach, da ist Gunpowder drin, da packe ich meinen Gunpowder dazu. Äh, wenns dann mal da so sehr gut. Und Kohle, sehr schön. Jetzt muss ich kurz aufstoßen, sorry. Ach, guck mal, wenn der jetzt auf die Kiste klickt, steht da dran, was es ist, Seiten. Sehr gut. Ja gut, ist ja nicht so wichtig, siehst du ja ähnlich, wenn du reinguckst. Ich dachte, es steht jetzt oben so rüber oder so, wie so ein Schild. Ich wollte nochmal was ausprobieren, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hinkriege hier. Oh, ähm, an der Stelle machen wir jetzt mal ein kleines Folgenpäuschen. Oh, schon. Kann das sein, dass so ein ganzer Tag 15 Minuten geht? Die sehen cool aus, die Blöcke, ich liebe diese. Ich weiß, ich würde die gerne mal... Kann man nicht? Warte mal, ich versuch's mal. Dafür muss ich nur oben eben kurz... Oder wo noch die nach unten? Nee, kann man nicht. Schade. Ich hätte nämlich auch gehofft, dass man da irgendwie durch kann. Hast du lange Verlust von der Folge? Ähm, ja. Wann ist das Game gecrashed? Ich weiß es nicht, aber ich krieg das vielleicht wieder hin, ich versuch's erst mal, ne? Okay, gut. An der Stelle wir in der nächsten Folge. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschaui. Tschau.